Es ist ein Tag, in dem es vor allem um dieses Papier geht. Ich habe es hier dabei, der Beschlussvorschlag für den Corona-Gepfel. Hier steht alles drin, was bald in Deutschland gelten soll. Aber diese Version, die wir sehen, die ist natürlich noch längst nicht final. Denn heute wird verhandelt, viele, viele Stunden. Heute ringen die Ministerpräsidenten CDU und SPD Ampel gegen Union. Und das erste, die fast schon wichtigste Meldung des Tages, zumindest des Morgens habt ihr ja schon verkündet, Sachsen denkt über einen Lockdown. Auch das erste, Bundesland denkt über Maßnahmen nach, die Geimpfte und Ungeimpfte gleichermaßen extrem einschränkt. Es gibt inzwischen noch ein Zitat von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer dazu. Es geht um einen Unterbrecher-Lockdown. Hier sehen wir es, um die hohen Infektionszahlen zu bekämpfen, brauchen wir einen harten Wellenbrecher bis zum 15. Dezember. Und der Hammer ist natürlich, Philipp, dabei, dass der eben für Ungeimpfte, aber auch für Geimpfte gilt. Ganz genau. Also natürlich wird es Maßnahmen geben, die weiterhin Ungeimpfte stärker treffen. Aber dennoch, ein Wellenbrecher heißt nach dem Verständnis der sächsischen Landesregierung, dass Gastronomie, Einzelhandel und Hotels schließen. Und wenn die schließen, dann schließen die für alle. Denn 2G-Regelungen haben wir ja jetzt schon. Das heißt, wenn es Schließungen gibt, dann sind alle betroffen, auch geimpfte Menschen, das ist das Szenario, das man unbedingt vermeiden wollte. Aber das rückt in Sachsen jetzt immer näher. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, bis zum 15. Dezember, wie ist das denn überhaupt möglich? Weil die epidemische Lage, also die rechtliche Voraussetzung für Lockdowns, die läuft ja eigentlich schon am 24. und 25. November aus. Und das hat damit zu tun, das ist ein Eingeständnis, was die Ampel der Union gemacht hat. Die Union wollte, dass die Verordnungen, die aktuellen Landesverordnungen, noch gültig bleiben bis zum 15. Dezember auf Basis der alten epidemischen Lage. Das ist ein bisschen juristisch, aber im Klartext heißt das, Lockdowns bleiben erst mal noch bis zum 15. Dezember möglich. Und Sachsen könnte das erste Bundesland sein, das diese rechtliche Möglichkeit nutzt. Und in einen Teil-Lockdown, in einen Wellenbrecher-Lockdown, den wir eigentlich schon aus dem Jahr 2020 kennen, sagen, ja, das kann sein, dass sie den noch mal vergeben. Glaubst du denn, dass andere Bundesländer dem jetzt auch folgen werden? Tja, also in Sachsen ist die Lage tatsächlich am schwersten. Deshalb war es auch zu erwarten, dass Sachsen die drastischsten Maßnahmen ergreift. Wenn wir uns jetzt die Corona-Karte anschauen, gibt es noch zwei weitere Länder, für die das auch akut sein könnte. Erstens Thüringen, auch dort gibt es sehr hohe Zahlen, auch was Hospitalisierung angeht. Und natürlich Bayern, das Bundesland von Markus Söder. Markus Söder wollte sich eigentlich nie die Blöße geben und als Erster die strengsten Maßnahmen verhängen, wenn er nicht gewusst hat, dass andere Länder nachziehen. Deswegen, das wird auch ein Politikum bleiben. Eins noch zu Sachsen. Michael Kretschmer spricht ja von einem Wellenbrecher. Er hatte gestern die ganzen Top-Experten, unter anderem Lothar Wieler, zu Gast, die natürlich auch Alarm geschlagen haben, die ihm sozusagen die politische Entscheidung etwas vorbereitet haben, könnte man sagen. Aber die Welle, zumindest die Inzidenzwelle, scheint in Sachsen gerade gebrochen zu sein. Zumindest sinken die Zahlen gerade relativ rasant. Sachsen ist natürlich das Land mit den allerhöchsten Inzidenzen. Aber seit einigen Tagen sehen wir, wie die Kurve wirklich rasant nach unten geht. Vielleicht wird der Wellenbrecher-Lockdown das noch beschleunigen. Philipp, wir schauen mal auf diesen Tag der Entscheidung, der für die Bundeskanzlerin heute Morgen um 7.50 Uhr begann. Da ist sie am Bundeskanzleramt vorgefahren. Es wird mutmaßlich das letzte Mal sein, dass sie eine Bund-Länder-Konferenz veranstaltet. Sie wird vielleicht ein letztes Machtwort sprechen. Heute jedenfalls ist es die letzte Gelegenheit für sie dazu. Aber der Tag beginnt ja im Bundestag heute, wo über die Änderung des Infektionsschutzgesetzes abgestimmt wird. Wir müssten auch Live-Bilder aus dem Bundestag vorliegen haben. Da wird heute über die Änderung des Infektionsschutzgesetzes abgestimmt, das ja die Ampel-Koalitionäre eingebracht haben. Worum geht es da? Was ist der Hintergrund? Ganz genau. Lass uns mal einmal den Tag etwas strukturieren für die Zuschauer. Weil das ist wirklich etwas komplex, was heute passiert. Also, Etappe 1, der Bundestag. Die Ampel bringt heute das Corona-Gesetz ein, die Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Und das hat folgendes Ziel. Die epidemische Lage, also die rechtliche Grundlage für Lockdowns, die soll Ende des Monats auslaufen. Und damit die Länder aber weiterhin Maßnahmen verhängen können, bringt die Ampel ein neues Gesetz ein. Das ist zwar nicht mehr ganz so streng, also Ausgangssperren, Schulschließungen usw., das bleibt alles verboten. Auch übrigens die Schließung von Gaststätten und Hotels. Dafür sind weitere Maßnahmen möglich. Z.B. 2G- oder 3G-Regelungen, aber auch Kontaktbeschränkungen. Das wird heute im Bundestag debattiert. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das auch angenommen wird. Weil die Ampel, also SPD, FDP und Grüne, die haben die Mehrheit. Die Union ist ja strikt dagegen, dass die epidemische Notlage ausläuft. Genau, die Union ist größtenteils strikt dagegen. Aber es gibt einen interessanten Zufall, die wirklich schicksalshaft ausgerechnet. Jens Spahn hat das ja angekündigt. Jens Spahn hat vor einigen Wochen erfahren, dass die Ampel die epidemische Notlage auslaufen lassen will. Und dachte sich, wenn das wohl kommt, dann kündige ich das mal als Erster an. Und jetzt kommt er nicht mehr von diesem Baum runter. Deswegen hat Jens Spahn auch gestern in der Unionsfraktion, das haben wir erfahren, dafür geworben, dass das Ampelgesetz angenommen wird von der Union. Obwohl die Union eigentlich größtenteils selbst dagegen ist. . Das ist aber nie. Verlangen queen. Das ist aber auch gestern in der Unionsfraktion. Certבה. Sie könnten possibly studieren,